Mein Name ist Dr. Kirsten Häusler und ich bin Vorstand für Jugend und Sport beim MTV Stuttgart. Ich glaube an den Sport, ich glaube an den Teamgeist, ich glaube an Loyalität und ich glaube an Freundschaften. Und ich glaube, dieses können wir alles beim Sport finden. Darüber hinaus verbindet der Sport über Ländergrenzen hinweg, egal welche Hautfarbe wir haben, egal welche Nationalität wir haben. Beim Sport finden sich alle wieder und können Spaß gemeinsam haben. Ich glaube daran, dass der Sport die Welt ein bisschen besser machen kann.